Dies ist ein Zusammenschnitt aller 28 Missionsguides zu den Kampagnen des Trojaner-Add-ons. Diese Guides sind bereits mehrere Jahre alt. Stand 2024 ist der beste Weg, dieses Spiel zu spielen, die History Edition in Verbindung mit dem Settlers United-Projekt. Dieses enthält neben Multiplayer-Matchmaking auch den HD-Patch von Wizardmaker sowie meinen eigenen Ultimate-Balance-Overhaul. Zur Trojaner-Kampagne gibt es außerdem ein Longplay auf dem VOD-Kanal. Der Auftakt zur Trojaner-Kampagne ist mehr ein Warm-up und das ergibt in vielerlei Hinsicht Sinn. Als das Spiel rauskam, dürften viele es nach dem Abschluss aller Hauptspiel-Missionen erstmal nicht mehr gespielt haben und wahrscheinlich werden die meisten Head-On-Spieler zuerst in die Trojaner-Kampagne gesprungen sein, um das neue Volk auszuprobieren. Daher an sich keine schlechte Idee, diesen Spielern einen ruhigen Wiedereinstieg zu ermöglichen. Das bedeutet aber leider auch, dass hier ziemlich wenig los ist. Die Karte ist tatsächlich größer, als ich sie in Erinnerung hatte, also mal kurz alle Points of Interest. Hier im Norden findet ihr eine Bucht, in der ihr eure Werft bauen könnt. Unser Ziel ist es, 5 Kriegsschiffe und hier 10 Level 3 Soldaten jedes Typs sowie 3 Hauptmänner und 10 Pioniere in diesen grünen Kreis zu bringen, wozu wir zusätzlich mindestens 3 Fähren benötigen werden. Die nötigen Rohstoffe dazu sind leicht zu finden. Im nördlichen Berg findet ihr Kohle, Eisen und Stein, im südlichen Stein und Gold. Solltet ihr aus irgendeinem Grund weit in Richtung Osten expandieren, findet ihr dort 3 weitere Bergketten mit Kohle, Eisen und Gold, die ihr aber nicht benötigen werdet. Kommen wir also zur Sache. Morbus wurde aus heiterem Himmel wiederbelebt, die Trojaner existieren irgendwie erst seit 5 Minuten und haben deshalb nicht zum ersten Krieg gegen das Dunkelvolk mitbekommen und sind dementsprechend so verängstigt von dem dunklen Land, dass sie diese komplette Insel aufgeben wollen. Oh, und Troja ist das hier auch nicht. Oder falls doch, dann ist das wirklich nicht sehr bewältigend. Ihr solltet vermutlich auch kurz anmerken, dass ich alle Missionen, wenn nicht anders angegeben, auf Normal spiele. Wer in Addon-Karten bekommt ihr auf Leichtpestkrebs zusätzliche Startressourcen. Außerdem habe ich die Multiplayer-Bass für die Trojanischen Bogenschützen aus der History Edition in meine Gold Edition übernommen. Da hier sonst wirklich nichts los ist, wird die F12-Taste hier sehr nützlich sein. Sobald die Schiffe samt Besatzung ihr Ziel erreicht haben, beginnt die große Reise der Trojaner. In Mission 2 dürfen wir uns zum ersten Mal mit dem Militär der Trojaner vertraut machen. Unser Ziel ist es, die Siedlung der Mayas im Norden zu zerstören, denn die Mayas sind mal wieder die einzigen, die ihr eigenes Ding durchziehen müssen und deshalb die Trojaner nicht willkommen heißen wollen. Ernsthaft, irgendwie sind es immer die Mayas, die Probleme verursachen und das meist aus völlig banalen Gründen. Ich erinnere nur mal an den Krieg um den Heiligen, überhaupt nicht gewöhnlichen Baum. Dafür werden wir von einer römischen Siedlung im Osten unterstützt. Laut Missionsbeschreibung müssen wir außerdem einen Priester zu den Römern schicken, das ist streng genommen aber nicht erforderlich. Es lohnt sich aber, da die Römer euch dann Waffen, Gold und Schwefe schicken. Keine Ahnung, wieso die Römer Schwefe rumliegen haben, aber die Trojaner sind noch zu neu, um zu merken, da Schwefel eigentlich ein Geschenk für jemanden ist, den man nicht mag. Vielleicht haben ihnen die Mayas das Zeug geschenkt. Es gibt nur ein für uns zugängliches Gebirge mit reichlich Kohle und Eisen, aber nur begrenzten Goldvorräten. Ich empfehle euch, das Gold zunächst in euren großen Tempel und zwei Sets Zielobjekte zu investieren, der Rest kann für Level 3 Schwertkämpfe genutzt werden. Was Steine angeht, gibt es zwei große Steinfelder im Nordwesten und im Osten, die auch in Bedarf decken sollten. Diese Mission sollte unabhängig von der eingestellten Schwierigkeit sehr ruhig verlaufen, sogar ruhiger als von den Entwicklern vorgesehen. Eigentlich sollen sich die Römer passiv verhalten, während euch das Spiel den Tipps zur Mission dazu rät, zur Verteidigung bereit zu sein. Tatsächlich wurden aber nicht die Römer, sondern die Mayas passiv geschaltet, ihr solltet also eigentlich nichts zu befürchten haben. Nach etwa 90 Minuten wird es zu Gefechten zwischen den Mayas und Römern kommen, da ihre Gebiete dann aneinander grenzen. Willst du diesen Zeitpunkt wollt ihr eure Truppen sammeln und dann ausnutzen, dass die Mayas geschwächt wurden. Sobald ihr einen der Türme auf der Gebirgskette erobert, wird außerdem ein Angriff der Römer auf die Mayas ausgelöst, was die Sache noch einfacher macht. Sobald alle Türme der Mayas erobert wurden, haben die Trojaner ihren ersten Kampf gewonnen. Erinnert ihr euch noch, dass die Mayas in der letzten Mission Stress gemacht haben? Nun, den Handlungsstrang vergessen wir mal ganz schnell, denn wie wir wissen, ist Norvus wieder da und dieses Mal wollen die drei Völker sich den ein oder anderen Klimmzug gegen das dunkle Volk sparen und direkt zusammenarbeiten. So weit, so gut. Auf dieser Karte haben wir gleich drei Verbündete, aber die gibt es wirklich nur, damit der Name der Mission Sinn ergibt, daher mache ich mir gar nicht erst die Mühe, ihre Gebiete zu zeigen. Unser Ziel ist es, einen Priester, ihr 5 Level 3 Schwertkämpfer und Bogenschützen sowie einen Hauptmann in diese Ruine zu bringen und sie von dunklem Land zu säubern. Mit anderen Worten, weil im Siedler-Universum nichts einfach sein kann, halten wir eine wichtige Friedenskonferenz direkt vor der Haustür des dunklen Volkes ab, welches einen dunklen Tempel im Südwesten der Karte errichtet hat. Und die anderen Völker tragen natürlich auch nichts zum Schutz dieses Ortes bei, weil man ja alle Aufgaben dem neuen Volk aufbürden kann. Team. Toll, ein anderer macht's. Die einzigen für uns gut zugänglichen Bodenschätze befinden sich im Berg im Zentrum eures Gebiets. Alle Rohstoffe einschließlich Nutzlosium, warum auch immer das platziert wurde, sind hier zu finden. Außerdem erscheint ihm nach 20-23 Minuten ein römischer Priester mit ein paar Waren und 120 Mana. Diese Mission ist ziemlich einfach, solange ein paar Dinge beachtet werden. Bei einziger Fluss befindet sich nordwestlich des Berges, eure Nahrungsproduktion sollte also dort hin. Viel interessanter ist jedoch das Angriffsverhalten des dunklen Volkes. Auf leicht sollte es euch nicht von sich aus angreifen, auch nicht nach Ablauf der 60 Minuten Schonfrist. Auf normal solltet ihr euch nach 30 Minuten nicht mehr zu sicher fühlen, das dunkle Volk ist zwar hier defensiv eingestellt, aber um ehrlich zu sein habe ich keine Ahnung, was das beim dunklen Volk überhaupt heißt. Unabhängig davon gibt es aber auch 4 Trigger, die Angriffe des dunklen Volkes auslösen und jegliche Schonfristen oder Verhaltensweisen ignorieren. Ihr solltet also den Übergang in euer Gebiet gesichert haben, bevor ihr diese Trigger aktiviert. Ein relativ schwacher Angriff wird ausgelöst, sobald eure Kaserne fertig ist. Allerdings meiner Erfahrung nach nur mit einem Schamanen. Notfalls könnt ihr also auch einfach 10 Siegler zur Grenze bringen. Zwei weitere Trigger, beide deutlich stärker, werden aktiviert, wenn eine eurer Einheit den Treffpunkt betritt oder sich am dunklen Landort zu schaffen macht. Der vierte Trigger ist relativ leicht zu meiden, da er nur anspringt, wenn eine eurer Einheiten dieses Steinfeld durchquert. Allerdings ist es sowieso sicherer, durch die Siedlung der Römer zu marschieren, welche später übrigens auch in Richtung Treffpunkt expandieren werden. Sobald eure Delegation den gesäuberten Treffpunkt betritt, habt ihr gewonnen. Genießt diesen Sieg, denn dies ist die letzte Karte, bevor das dunkle Volk sein wohl nervigstes Ass aus dem Ärmel holt. Mission 4 ist die erste, die richtig nervig werden dürfte. Grund dafür ist eine Neuerung des Trojaner-Ad-Ons, aber dazu komme ich gleich. Wir starten auf einer eigenen Insel und haben den Auftrag, auf eine andere Insel im Südosten der Karte überzusiedeln. Dazu müssen wir dort eine Burg, einen großen Tempel und ein Set Zielobjekte errichten. Der erlaubte Radius ist dabei aber so großzügig, dass er sogar ein Stück auf unsere Insel überragt, wie hier über ein modifiziertes Skript kenntlich gemacht. Dort passen aber meiner Einschätzung nach höchstens die Zielobjekte hin. Leider hat sich das dunkle Volk auf der Insel im Süden breitgemacht und das wäre im Hauptspiel auch gar kein Problem gewesen. Nur leider sind wir jetzt nirgendwo mehr sicher und das ist die Schuld der neuen Manacopter, die das dunkle Volk bekommen hat. Diese Flugmaschinen besitzen 250 Hitpoints und 3 Rüstungen. In den frühen Phasen des Spiels werdet ihr daher nicht die Feuerkraft besitzen, um sie zu zerstören, denn nur Bogenschützen können sie angreifen. Und selbst wenn es euch gelingt, ist es nur durch die Zerstörung der Manacopter-Manufaktur möglich, ihren Bau zu unterbinden und selbst die kann neu errichtet werden. Ob das dunkle Volk ihre Manacopter auch regelmäßig einsetzt, hängt von der eingestellten Aggression der KI ab. Manacopter können nur eine kleine Gruppe von Soldaten transportieren, aber dafür können sie ohne Vorwarnung an jedem Ort in eurer Siedlung zuschlagen und ziehen sich erst zurück, wenn die abgesetzten Schamanen getötet oder genug Siedler versklavt wurden. Das Skript dieser Karte scheint nur einen Angriff nach 35 oder 40 Minuten je nach Schwierigkeit vorzusehen und hat einen weiteren Schläger für Fähren, der aber praktisch nicht ausgelöst werden kann, da das Zielgebiet auf eurer Insel liegt. Offiziell kann das dunkle Volk erst nach 300 oder vielleicht sogar erst nach 600 Minuten von sich aus angreifen. Inoffiziell ist das Skript aber voller Scheiße. Ich wurde nach einer halben Stunde etwa alle 10-15 Minuten geradet und habe dadurch meinen Durchlauf fast verloren. Verhaltet am besten alle eure Türme oder baut welche in entfernten Ecken eurer Siedlung. Das dunkle Volk sucht nicht gezielt nach ihnen. Sobald ihr etabliert seid, sind meine Manacopter eher lästig als gefährlich, aber bis dahin seid ihr ihn praktisch hilflos ausgeliefert. Und das Beste? Ursprünglich sollte das dunkle Volk drei Manacopter-Manufakturen bekommen. Ich vermute daher, dass der Vorarbeiter in der Manacopter-Manufaktur mit seiner BDSM-Montur ein Porträt des Mappers dieser Karte sein soll. Die Peitsche ist jedenfalls nicht zur Bestrafung der Sklaven da, dazu ist sie viel zu kurz. Die beiden Berge im Osten enthalten keinerlei Rohstoffe. Kohle und Eisen sind nur im Gebirge im Zentrum der Insel zu finden, zusammen mit Stein und etwas Gold. Im kleinen Berg im Nordwesten der Insel findet ihr eine zusätzliche Goldader. Im südwestlichen Berg findet ihr weiteres Nutzlosium und Stein, welcher aber schwerer zu erreichen ist. Beachtet außerdem, dass auf der Zielinsel keine Bodenschätze zu finden sind. Am Anfang werdet ihr knapp besetzt sein, aber ihr müsst unbedingt nach Norden expandieren, um die Steinfelder dort nutzen zu können. Lasst währenddessen eurem Pionier auf der Zielinsel die Küste östlich der Bäume erobern, damit ihr dort später einen Hafen errichten könnt. Ich habe meine Schwerindustrie im Norden und meine Getreidefarben im Süden errichtet, wo sich auch der Fluss befindet. Die südliche Küste bietet auch Platz für eine Werft und einen Hafen. Tut, was immer nötig ist, um eure Siedlung so weit zu entwickeln, dass sie den Raubzügen des dunklen Volks standhalten kann, aber verliert dabei nicht euer Ziel aus den Augen. Wenn ihr mit 5 Dieben das Baumaterial für den Hafen auf die andere Insel bringt, könnt ihr euch einen Gründungskarren sparen. Danach braucht ihr noch ein Handelsschiff, um das nötige Baumaterial auf die Insel zu bringen. Sobald alle Gebäude stehen, ist Mission 4 geschafft. Leider war das aber nicht das letzte Mal, dass ihr euch mit Manacoptern rumschlagen müsst. Nachdem Mission 4 uns zum ersten Mal mit Manacoptern konfrontiert hat, begrüßt uns Mission 5 direkt mit diesem Anblick. Unsere Siedlung ist bis auf einen großen Turm vollständig zerstört und völlig frei von Siedlern. Und das Spiel wäre damit normalerweise vorbei, würde nicht genau passend diese Flotte eintreffen. Diese Fähren transportieren 30 Diebe und 30 Level-2-Soldaten, euer erstes Ziel ist es also, die Passagiere in eure Siedlung zu bringen. Leider ist der direkte Seeweg blockiert, ihr müsst die Truppen also an der Küste absetzen und sie zu Fuß marschieren lassen. Der sicherste Weg führt an der nördlichen Küste vorbei. Sobald die Verstärkung in der Siedlung angekommen ist, müsst ihr euch beeilen, denn auch in dieser Mission habt ihr auf normal nur 30 Minuten, bis das dunkle Volk euch erneut besuchen kann. Auf leicht steigt eure Schonfrist auf 50 Minuten. Den ersten Angriff solltet ihr noch mit euren Level-2-Soldaten abwehren können, aber danach braucht ihr unbedingt neue Soldaten. Rusht am besten in die Speerindustrie und bedenkt, dass ihr mit Hilfe von Jägern relativ lange auf eine Gänsesucht verzichten könnt. Brot ist zunächst viel wichtiger. Was Rohstoffe angeht, müsst ihr nach Nordosten expandieren, um die Steinfelder nutzen zu können. Das westliche Gebirge enthält von allen wichtigen Rohstoffen etwas. Später könnt ihr zusätzlich die Gebirge im Nordosten nutzen. Außerhalb eurer Halbinsel werdet ihr nur in den südlichen Gebieten weitere Bodenschätze finden, aber die waren in meinem Run nicht erforderlich. Wichtig ist, dass ihr an jedem wichtigen Ort, also Holzproduktion, Schwerindustrie und Getreidefarmen, einen großen Turm mit Level-3-Soldaten habt oder mehrere kleine Türme, wenn wenig Platz vorhanden ist. Langfristig müsst ihr dafür sorgen, dass die Schamanen des dunklen Volkes wenig Bewegungsfreiheit haben. Sobald das sichergestellt ist, könnt ihr den Übergang zu eurer Halbinsel mit einer Burg und ein paar Türmen abriegeln, damit das dunkle Volk euch auch von dort aus nicht überraschen kann. Leider weiß ich aber noch nicht, wodurch der Wechsel zwischen meiner Kopterangriff und Raubzügen zu Fuß bedingt wird. Euer Endziel ist es aber, den dunklen Tempel zu vernichten, was ihr am besten mit einem Priester erreichen könnt. Der Tempel wird aber von Sumpfgebieten umgeben, was eher ein Fall für die Römer wäre, es für einen trojanischen Priester aber etwas kniffliger macht. Dafür interessiert sich das dunkle Volk aber auch wenig für das Gebiet direkt hinter dem Tempel. Sobald ihr also dort etwas kühles Land habt, könnt ihr eure Priester dort relativ sicher parken. Sobald der Tempel zerstört ist, ist die Karte zu eurem Gunsten entschieden. In Mission 6 haben die Autoren bei Bluebyte mal wieder gemerkt, dass es bisher zu reibungslos lief, trotz meiner Kopter. Damit die Kampagne nicht zu schnell vorbei ist, muss also wieder der Idiotenball her und dieses Mal wurden sowohl die Mayas als auch die Wikinger auserkoren, um ihn zu halten, also müssen wir uns beiden stellen. Klingt erstmal schwierig, aber eins nach dem anderen. Im Osten befinden sich die Römer, welche außer uns die einzigen sind, die nicht den Verstand verloren haben. Erwartet aber keine Hilfe von ihnen, denn... seht einfach selbst. Theoretisch könnt ihr später das ganze Gebiet darüber beanspruchen, aber das ist den Aufwand nicht wirklich wert. Und die rumliegenden Rohstoffe können wir uns auch nicht mit Dieben holen, weil sie einem Verbündeten gehören. Was die Wikinger und Mayas angeht, stellen sie nur wegen ihrer Staatssoldaten eine Bedrohung dar. Die Wikinger hätten das Potenzial, ein echtes Problem zu sein, wenn sie Zugang zu Eisen hätten. Ohne wissen sie aber nicht so wirklich, was sie mit sich anfangen sollen. Was die Mayas angeht, haben sie großzügige Vorgaben und Zugang zu allen nötigen Rohstoffen, aber ihre freien Siedler kann ich an einer Hand abzählen und von Häusern haben sie offenbar auch noch nicht gehört. Noch dazu wird das dunkle Volk im Laufe der Zeit in ihre Richtung expandieren und sie mit genug Zeit für euch vernichten. Ergebnis ist, dass beide Gegner keinen einzigen neuen Soldaten hervorbringen werden. Wo wir schon vom dunklen Volk sprechen, die Karte erweckt zwar den Eindruck, dass es nur vier Spieler gibt, aber es sind eigentlich sechs. Der südöstliche Teil der Karte befindet von zwei dunklen Tempeln regiert, von denen einer sogar eine Manokopter-Manufaktur besitzt. Das dunkle Volk ist aber passiv und stellt keine echte Bedrohung dar. Im Gegenteil, es hilft euch sogar. Beachtet aber, dass das dunkle Volk trotzdem expandiert, Grenzgefechte wären also theoretisch möglich. Kohle und Eisen findet ihr im Berg südwestlich eurer Startposition. Im nordöstlichen Berg findet ihr zusätzliche Kohle, Stein und genug Gold für zwei Minen. Eine produziert meiner Erfahrung nach zu wenig. Im südöstlichen Gebirge findet ihr diese Rohstoffe ebenfalls, Gold sogar in weit größeren Mengen, aber es wird länger dauern, bis sie soweit kommt. In meinem Run waren diese Rohstoffe nicht erforderlich. Außerdem gibt es in der nordöstlichen Ecke der Karte theoretisch Platz für einen Essturm. Der laget zwar auf der gleichen Insel, aber jeder Angriffsgruppe müsste sich durch einen dunklen Tempel und hunderte Krieger des dunklen Volkes kämpfen, um dorthin zu gelangen. Wählt aber lieber den hinteren Standort, wenn ihr euch auf so einen Turm verlassen wollt und baut trotzdem eine echte Verteidigung auf, sobald ihr etabliert seid, damit euch die Expansion des dunklen Volkes nicht plötzlich überrascht. Die Wikinger und Maias sind wie gesagt nur aufgrund ihrer Startzeltaten bedrohlich, aber die haben es in sich gar nicht in Level 3 erhandelt. Im Skript ist keine Angriffseinstellung oder Verzögerung für sie festgelegt, ich wurde nach etwa 50 Minuten angegriffen. Eine Verteidigungsstellung aus drei großen Türmen zusammen mit einigen Level 3 Soldaten sollte aber alle Angriffe abwehren können. Bedenkt auch, dass Rucksack-Katapultisten kurzen Prozess mit Schwert- und Axtkämpfern machen. Sobald ihr die eliminiert habt, könnt ihr eure Truppen hinter die Türme zurückziehen. Nach jeweils zwei oder drei Angriffen sollten beide Gegner handlungsunfähig sein. Konzentriert euch zunächst auf die Wikinger. Bis ihr mit denen fertig seid, sollte das dunkle Volk wie Maias für euch noch etwas dezimiert haben. Soweit beide besiegt sind, heißt es Halbzeit für die Torianer-Kampagne. Ich verstehe nur nicht, ob diese Karte bewusst so kaputt sein soll oder ob sie einfach nicht fertig ist. Die Tipps suggerieren, dass man eigentlich mit Fähren die Verteidigung der Gegner umgehen sollte, aber das ist völlig überflüssig. Aber bevor wir weitermachen, möchte ich versuchen, noch ein paar Dinge über meiner Kopter herauszufinden. Wenn mir das gelingt, könnte die zweite Hälfte etwas weniger nervig werden. Das Kinderzimmer ist sauber. Da sind zwei dunkle Tempel direkt neben eurer Siedlung. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Es ist Obst im Haus. Nachdem wir uns jetzt in zwei Missionen mit meiner Koptern rumärgern mussten, erhalten wir nun den Auftrag, eine Manufaktur zu finden und zu zerstören. Dank unseres neu erworbenen Wissens aus dem Manakopter-Video wird das ein Kinderspiel und wir können diese Mission sogar als Pazifist beenden. Wenn ihr das Manakopter-Video noch nicht gesehen habt, solltet ihr es auf jeden Fall tun, da die dort ermittelte Strategie den Rest der Kampagne stark beeinflussen wird. Die Manakopter-Manufaktur befindet sich weit hinter feindlichen Linien am Ende eines Labyrinths aus Bergen und Schnee. Glücklicherweise waren genau solche Situationen der ursprüngliche Sinn des Abkürzungstaubers. Dazu brauchen wir natürlich einen Priester. Die zwei Gebirge östlich und westlich unserer Startposition haben aber zumindest nötige Gold und wir starten mit genug Kohle. Weitere Rohstoffe sind irrelevant, da wir nicht mehr benötigen werden. Was wir benötigen werden, ist eine Manaproduktion. Ihr werdet auf dieser Karte nicht viel Platz haben, rodet also so viele Bäume wie möglich. Förster solltet ihr zwar in der Hinterhand haben, aber da wir nichts einlagern können, ist die normale Rodung wichtiger. Während ihr auf eure Mana wartet, könnt ihr schon mal einige Diebe zum dunklen Land schicken. Dort angekommen nehmt ihr den südlichen Pfad. Der nördliche wird oft von dunklen Gärtnern und ihren Eskorten besucht. Folgt der Küste so lange, wie sie euch westlich eures Ziels befindet. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, solltet ihr hinter dem dunklen Land auch das nächste Gebirgsstück sehen können. Dort ist der Eingang. Wenn ihr ganz sicher sein wollt, könnt ihr natürlich den Orakelzauber verwenden. Danach müsst ihr nur noch einen eurer Priester an den Eintrittspunkt bringen, den Schnee schmelzen und dann mit einem Haar gut gezielten Abkürzungszaubern die Manokopter-Manufaktur zerstören. Wenn ihr euch ganz geschickt angestellt habt, habt ihr die Mission sogar ohne Kills auf beiden Seiten gewonnen. Wer hätte gedacht, dass es so einfach sein kann? In Mission 8 sind wir endlich wieder nicht ganz auf uns gestellt, aber auch wenn es eigentlich vorgesehen ist, dass die Römer gegen das dunkle Volk vorgehen, passiert natürlich nichts dergleichen. Irgendwie kann man auch hier nicht auf die Idee der KI zumindest teilweise die Möglichkeit zu geben, etwas gegen das dunkle Volk zu unternehmen. Aber zum Glück sind wir es ja inzwischen gewohnt, alles allein machen zu müssen. Die Siedlung der Römer ist größtenteils uninteressant, allerdings solltet ihr verhindern, dass die Anzahl ihrer Träger unter 10 fällt, da dies einen großen Angriff des dunklen Volks auf euch triggern würde. Andererseits werden die Römer meiner Erfahrung nach auch nicht das Ziel von Raids, das Problem ist vielmehr, dass sie nicht besonders effektiv gegen die dunklen Gärtner und ihre Eskorten vorgehen. Unter Umständen solltet ihr ihnen da etwas unter die Arme greifen. Unser Ziel ist es, diesen dunklen Tempel zu zerstören. Ob wir das mit oder ohne die angekündigte Verstärkung tun, ist egal, aber behaltet im Hinterkopf, dass das dunkle Volk auf normal 150% Kampfkraft erhält und damit 50% stärker ist als sonst. Hier sehen wir außerdem die drei Pilzfarmen, die, falls eine von ihnen zerstört wird, einen Angriff der Römer auf das dunkle Volk auslösen sollen, was aber natürlich nicht funktioniert. Zum Glück macht meine Cheese-Strategie auch aus dieser Mission eine ziemlich ruhige. Problematisch wird vielmehr der Mangel an gutem Ackerland. Falls ihr später also auch Eisen verarbeiten und eure Mieden normal versorgen wollt, habt ihr weniger Platz für Sonnenblumen. Da ihr aber als Trojaner spielt, könnt ihr eigentlich auch auf eine Nahrungsproduktion verzichten, ja schließlich den besten Nahrungszauber im Spiel. Wo wir schon von Mieden sprechen, der Berg westlicherer Startposition bietet reichlich Eisen und Kohle. Im Norden findet ihr diese Rohstoffe ebenfalls, zusammen mit Steinen und Spuren von Gold. Am nordöstlichen Ende der Halbinsel findet ihr außerdem eine große Goldader. In dieser Mission wurde aber auch deutlich, dass ihr, wenn ihr später die verbotenen Gebäude verwenden wollt, auch die Startposition gegen Mana-Koppler absichern müsst. Das ist hier aber ganz hilfreich, wenn die angekündigte Verstärkung kommt nur, wenn sich im Umkreis der Startposition Krieger des dunklen Volks befinden. Außerdem muss einer von mehreren Punkten entlang der Grenze zum dunklen Volk dunkles Land sein, aber das wird praktisch automatisch passieren. Expansiert ansonsten stets nach Osten, um später die Expansion des dunklen Volks stoppen zu können. Sobald ihr genug Mana habt, kann sich ein Priester vom Süden aus einen Truppen des dunklen Volks vorbeischleichen und den Tempel mit dem Abkürzungszauber zerstören. Laut Skript sollte auch der Bau einer Burg im unteren rechten Viertel der Karte zum Sieg führen, aber das funktioniert nicht. Mission 9 ist im Grunde genommen wieder Mission 3, aber etwas interessanter. Dieses Mal müssen wir jeweils einen Priester und drei Hauptmänner zu jedem der anderen drei Völker bringen, um ein zweites Quito-Meer-Abkommen auszuhandeln. You know, weil wir das erste nicht einfach wieder in Kraft setzen können, das wäre ja zu leicht. Diese Mission macht mal wieder deutlich, dass die Autoren einige interessante Plotpunkte angefangen und einfach nicht weitergeführt haben. Erinnert euch an Montalban? Das war der Anführer der Mayas, der in Mission 2 Stress gemacht hat und danach mit keinem Wort mehr erwähnt wurde. Mission 6 wäre die Gelegenheit gewesen, ihn wieder einzusetzen, indem er die Mayas und Wikinger dazu bringt, die Trojaner und Römer zu hintergehen. Wenn er dann noch dabei einem Angriff des dunklen Volkes zum Abfall gefallen wäre, würde das sogar den Sinneswandel der Mayas erklären. Aber hey, bei Strategiespielplots braucht man sich eh keine Mühe zu geben, stimmt's? Das Gimmick dieser Mission ist, dass wir nicht wie üblich die Sicht unserer Verbündeten haben. Eine Option, von der ich wünschte, dass sie mit ein paar zusätzlichen Nuancen im Editor verfügbar wäre, ohne dass man ein Skript braucht, was den meisten Mappern bis vor einigen Jahren noch völlig verschlossen war. Die Siedlung der Römer befindet sich auf einer Insel im Nordwesten. Die Mayas haben sich im Südwesten niedergelassen, während sich die Wikinger die Insel mit uns teilen. Keine der drei Siedlungen ist funktionsfähig und wir müssen uns auch keine Sorgen um Entschränkungen durch die Wikinger machen, aber insbesondere die Maya-Siedlung ist schon ein kleines Kunstwerk, mit genug Ziehobjekten, dass sie mit maximaler Kampfkraft starten. Das dunkle Volk befindet sich auf einer Insel im Süden der Karte. Die Gebirge östlich unserer Siedlung enthalten Kohle, Eisen, etwas Gold und eine Menge Nutzlosium, was ich inzwischen nur noch als Trollversuch von Seiten der Mapper sehe. Im Süden finden wir zusätzliche Kohle, Eisen und Stein. Weitere Kohle und Stein sind auch im Westen zu finden. Am südlichen Ende der Insel, beim Übergang zu den Wikingern, gibt es außerdem eine große Goldader. Da wir zur Rekrutierung von Hauptmännern Rüstungen benötigen, kommen wir langfristig nicht um den Bau einer Waffenschmiede herum, aber dank unserer neuen Strategie können wir den Wechsel zu unseren Bedingungen vollziehen. Auch hier brauchen wir also wieder eine großzügige Mahlerproduktion, aber dieses Mal haben wir etwas mehr Platz. Übernehmt ruhig die ganze Insel und denkt daran, auch eine Werft einzuplanen. Eine Fähre wird aber für unsere Zwecke bereits genügen. Sobald alle Delegationen bei den drei Völkern sind, ist die Mission gewonnen und wir können ins letzte Viertel der Trojaner-Kampagne starten. Mission 10 stellt uns vor die Aufgabe, die letzte Zutat für das namensgebende Elixier der Macht zu sichern, nachdem die Wikinger dabei kläglich scheitern. Dazu müssen wir einen Priester in die Nähe dieser Kräuter bringen und 200 Mana sammeln. Direkt südlich unseres Ziels befindet sich die Siedlung der Wikinger, welche uns in erster Linie als zusätzliche Orientierung dient. Das umliegende Gebiet wird von zwei dunklen Tempeln kontrolliert, von denen einer ein Problem sein wird, da er keine Manakopter-Manufaktur besitzt. Für ihn gelten also die normalen Angriffsregeln. Letztendlich brauchen wir auf dieser Karte aber nur drei Dinge, Baumaterial, Siedler und Mana. Solange wir es vermeiden, die verbotenen Gebäude zu bauen, lassen uns zumindest die Manakopter und eines der dunklen Völker in Ruhe. Für die anderen reicht es, wenn wir immer etwa 50 Siedler als Diebe in der Nähe der Grenze lassen und sie stets rechtzeitig in normale Träger zurück verwandeln. Dabei empfehle ich, zwei Diebe an den beiden Enden der Schneekette zu positionieren, damit euch die Raubzüge des dunklen Volkes nicht überraschen. Ansonsten ist euer einziges Ziel, einen Priester hervorzubringen und ihm mit 200 Mana auszustatten. Das nötige Gold findet ihr an der nördlichen Küste. Beachtet aber, dass die Bauaufträge für die Goldschmelze und den großen Tempel jeweils einen Raubzug des dunklen Volkes auslösen und das auch vor Ablauf der Peacetime. Der grüne Spieler, ohne Manakopter, greift nach 30 bzw. 55 Minuten an, der gelbe Spieler nach 45 bzw. 65. Beide erhalten außerdem auf normal 150% Kampfkraft, also einen Grund mehr, wieso wir nicht kämpfen wollen. Beide nutzen aber keine dunklen Gärtner, wir müssen uns also keine Sorgen um Expansionsversuche machen. Wenn ihr euren Priester habt, könnt ihr ihn entlang der südlichen Küste ziemlich gefahrlos zu den Wikingern und von dort aus zum Kraut bringen. Sobald ihr die Voraussetzungen erfüllt, wird die Kamera auf bestimmte Koordinaten festgesetzt, damit ihr die Ingame-Cut 10 nicht verpasst. Ernsthaft, sowas hätte ruhig öfter im Spiel passieren können. Nachdem wir in der letzten Mission gewonnen und trotzdem versagt haben, folgt nun eine sinnlose Füller-Mission. Unsere Aufgabe ist es, jeweils 50 Level 3 Schwertkämpfer, Bogenschützen und Rucksackkatapultisten zu diesem Treffpunkt zu bringen. Oh, uns sehen Kriegsmaschinen, weil es so schön ist. Ernsthaft, was geht hier ab? Mindestens drei der anwesenden Völker wissen, dass Kriegsmaschinen nutzlos gegen das Dunkelvolk sind. Und abgesehen davon, dass die Trojaner mehr Soldaten beisteuern als die anderen drei Völker zusammen, sehen die Römer keinen Anlass, Bogenschützen mitzubringen, während die Wikinger ihre Axtkämpfer zu Hause lassen. Zum Glück ist diese Mission wieder gut zu cheezen. Der kleine Berg enthält Kohle, Eisen und Gold. Eine weitere Goldader befindet sich an diesem Hang in der Nähe der östlichen Küste. Damit haben wir also alles, was wir brauchen. Hinter den westlichen Flüssen befindet sich außerdem ein Bauplatz für eine Werft. Hier habe ich auch später die Waffenschmiede gebaut, um die wir wegen der nötigen Rucksackkatapulte nicht herumkommen, aber damit solltet ihr warten, bis eure Siedlung gesichert und zumindest die zehn Katapulte auf der anderen Insel und damit aus euren Füßen sind. Sichert außerdem eure Grenzen. Über die Bergkette hinweg zu expandieren ist aber den Aufwand nicht wert. Bis ihr soweit seid, wird das dunkle Volk diesen Bereich gründlich verseucht haben. Denkt daran, dass ihr als Trojaner mit Mana keine Brotproduktion braucht, für Fleisch kann notfalls ein Jäger sorgen. Sobald eure Armee am Treffpunkt ist, stellt euch das Finale dieser Kampagne endlich offen. Unsere Kriegsmaschinen sind bereits nach wenigen Metern im Morast stecken geblieben. Ist das ein verdeckter Diss der Autoren in Richtung der Gamedesigner, weil Kriegsmaschinen so nutzlos sind? Und nun sind wir wieder hier. Vier Völker gegen das dunkle Volk und mal wieder müssen wir alles alleine machen. Zwar sieht das Skript vor, dass die anderen Völker unter bestimmten Umständen die Initiative ergreifen, aber wie wir wissen, funktioniert das nicht. Was sehr schade ist, insbesondere, weil die verbündeten Siedlungen auch hier wieder kleine Kunstwerke sind. Oh, und die schöne Armee, die wir in der letzten Mission aufgestellt haben, kriegen wir auch nicht. Deshalb sinnloser Füller. Und das dunkle Volk hat auf normal wieder 150% Kampfkraft. Zum Glück ist unser einziges Ziel, diese dunkle Festung zu zerstören. Solange wir das schaffen, ist alles andere unwichtig. Und da beide feindlichen Spieler meiner Copter besitzen, wird meine Schießstrategie perfekt funktionieren. Allerdings werdet ihr die Landbrücken in euer Gebiet mit mindestens zwei großen Türmen absichern müssen, damit die dunklen Gärten und ihre Eskorten keine Probleme verursachen. Ihr habt in eurer Siedlung wirklich viel Platz und Rohstoffe und sogar noch mehr Platz, wenn ihr schnell seid und verhindert, dass die Römer euch dieses Gebiet hier streitig machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich die Karte normal vom dunklen Volk säubern. Aber ihr seid für einfache und wirksame Strategien hier und die mit Abstand beste Methode ist, einen Priester und genug Mana zu produzieren. Das nötige Gold findet ihr im kleinen Berg bei eurer Startposition. Nördlich der Römersiedlung gibt es außerdem ein Lager mit Waffen und Gold, welches ihr freischmelzen könntet, aber auch von dunklen Kriegern bewacht wird. Bringt den Priester zur Schneekette, die die dunkle Festung umgibt, schmelzt euch durch und wendet den Tempeltrick an. Ob ihr die Karte per Speedrun löst oder nicht, wenn ihr nicht so wie ich die Videos ausgeschaltet habt, könnt ihr euch danach den Epilog der Trojanerkampagne ansehen. Der Auftakt zur Römerkampagne beginnt relativ entspannt auf dieser Insel. Unser Missionsziel besteht aus zwei Teilen. Zum einen müssen wir diese beiden Burgen erobern oder zerstören, zum anderen muss die trojanische Flotte zerstört werden. Die Gebirge auf der Insel enthalten alle Rohstoffe, die ihr benötigen werdet, wobei Gold und Stein deutlich spärlicher vorhanden sind. Falls ihr Gebrauch vom Auffrischungszauber machen wollt, solltet ihr ihn auf eure Goldvorkommen anwenden. Probleme mit Kohle und Eisen werdet ihr nicht bekommen. Wenn ihr auf leicht spielt, ist das im Grunde genommen auch schon alles, was ihr wissen müsst. Auf normal gibt es aber noch etwas, worauf ihr achten müsst. Alle 30 bis 35 Minuten wird ein Schiff der Trojaner auftauchen und eine kleine Angriffstruppe absetzen. Diese ist zwar keine große Gefahr, da sie nur aus 13 Level 2 Soldaten besteht, von denen nur 5 eine Gefahr für Türme darstellen, aber ihr solltet zumindest eure Verteidiger an einem Ort eurer Wahl bündeln. Bis zu 3 solcher Angriffe können stattfinden, danach habt ihr nichts mehr zu befürchten. Da die Trojaner aber ebenfalls Soldaten produzieren, kann es durchaus schwierig werden, euer Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Level 3 Soldaten und hohe Kampfkraft sind definitiv Pflicht, ihr braucht aber letztendlich nur Schwertkämpfer. Bei mir reichten 12 Fähren voller Soldaten, aber es sah teilweise etwas knapp aus. Ansonsten könnt ihr auch versuchen, an einer weniger verteidigten Stelle zu landen und dort die feindliche Armee mit Leben und Bogenschützen zu dezimieren. Unabhängig davon, wie ihr vorgeht, hoffe ich, dass euch dieser Ort hier gefällt, denn hier werdet ihr Mission 2 starten. Der zweite Teil der Römerkampagne erinnert mal wieder daran, wie scheiße ich eigentlich in diesem Spiel bin. Jedenfalls kann es einem so vorkommen, denn diese Karte ist zwar kein Dark Sechs, könnte aber auf normal die schwerste in dieser Kampagne sein. Nachdem wir in der letzten Mission die beiden Burgen der Trojaner erobert haben, müssen wir uns nun 5 ihrer Außenposten stellen. Dabei ist Blau nur am Anfang gefährlich, da sie keine funktionsfähige Siedlung haben und ihnen schnell in die Siedler ausgehen. Grün besucht uns nur am Anfang, wird aber vermutlich der letzte Spieler sein, da er von den anderen geschützt wird. Gelb startet mit einer voll ausgebauten Siedlung und stellt die größte Bedrohung dar. Im Gegensatz dazu hat Lila nur eine Mana-Produktion und keine Möglichkeit uns aktiv zu schaden. Orange ist die zweitgrößte Bedrohung und wird euch vermutlich besiegen, wenn Gelb es nicht schafft und ihr euch nicht schnell genug erholt. Ihm fehlen aber Mana und Priester. Unsere Vorgaben entsprechen im Grunde genommen einer HGHG-Karte, aber redet euch nicht ein, dass es das einfach macht. Weil nach 20 Minuten kann euch Grün angreifen, Lauf hat nach 30 Minuten, Gelb nach 40 und Orange nach 60. Zum Teil habt ihr etwas mehr Zeit, weil die Laufwege ziemlich lang sind, aber Orange und Gelb sind langfristige Bedrohungen. Ihr werdet also mindestens die ersten 90 Minuten in der Defensive verbringen. Die Gebirge auf der Karte sind voller Kohle, alle anderen Rohstoffe müsst ihr aber tatsächlich suchen. Stein und Gold findet ihr in diesem Zipfel, den ihr auch mit als erstes erobern solltet, um die Steinvorkommen zu nutzen. Eisen findet ihr hier an der Küste und der ist auch ein guter Ort für eure Schwerindustrie. Das Gebiet im Süden eignet sich später gut für den Weinanbau, was ganz interessant ist, um später mit dem Aufmischungszauber zu verhindern, dass euch Eisen und Gold ausgehen. Lasst das Gebiet aber am Anfang links liegen, das Bauland ist nicht gut für den Anfang geeignet. Die anderen Gebirge sind ähnlich ausgestattet, lasst sie also von Geologen erkunden, sobald ihr die Gebiete kontrolliert. Eure beiden Burgen stehen nicht da genug beieinander, um sich gegenseitig Deckung zu geben, reist also die linke ab und setzt die rechte neu. Oberhalb der früheren linken Burg führe ich meine Woodline lang, holzt aber auch die übrigen Bäume ab. Für Stein sorgen zwei Steinmetze und eine frühe Steinmine, der Flaschenhals beim Gebäudeaufbau werden eher Holz und Siedler. Ein großes Wohnhaus sorgt im Anfang für Abhilfe, aber zwei mittlere dürften die bessere Option sein, da sie unabhängig voneinander fertiggestellt werden können. Dann könnt ihr euch auch 15 Planierer und 20 Bauarbeiter leisten, etwaige Lücken und Grenzen können Pioniere schließen. Baut eure Häuser am besten in Reihen rechts oberhalb eurer übrigen Burg. Auf diese Weise tragen sie zur Verteidigung bei, da sich größere Truppenverbände nicht mehr so effizient bewegen können. Was eure Schwerindustrie angeht, werdet ihr am Anfang nicht zuverlässig Level-3-Soldaten produzieren können, baut also erstmal jedes Gebäude der Metallverarbeitung einmal. Eine Eisenmine, eine Goldmine und drei Kohleminen sollten für den Anfang reichen. Lasst eure Kohleminen von euren beiden Fischern mit versorgen, bis eure Brotproduktion steht. Diese könnt ihr nördlich eurer rechten Burg aufbauen, für Fleisch können am Anfang einige gut verteilte Jäger sorgen. Fischer findet ihr in eurer Bucht in eurem Startgebiet. Micromanagt eure Soldatenproduktion etwas. Wenn ihr überschüssiges Gold habt, investiert ruhig in Level-3er, aber wenn ein Angriff ansteht, helfen auch Level-1er. Was die Verteidigung angeht, habe ich nur zwei zusätzliche große Türme gebaut, um die Tür der Burg abzudecken. Für mehr war kein Platz. Das alles sollte nach etwa 45 Minuten stehen, pünktlich zur großen Prüfung durch Gelb. Wenn ihr den Angriff gut übersteht, seid ihr schon auf einem guten Weg, aber baut eure Schwerindustrie weiter aus, soweit es eure Gold- und Eisenvorkommen zulassen. Am Ende hatte ich zwei Eisenschmelzen, vier Goldschmelzen und vier Waffenschmieden. Die gute Nachricht ist, dass Orange im Gegensatz zu Gelb keine Priester einsetzt. Nach 100 Minuten begann ich das Gebiet des blauen Spielers zu übernehmen, beachtet aber, dass Orange dort reinsiedeln kann. Danach folgte Lila, passt aber auf die feindlichen Priester auf und vernachlässigt eure Verteidigung nicht. Sobald Blau und Lila weg sind, ist Orange in der Reihe, seid aber auf das Echo gefasst. Weder Orange noch Gelb können einem längeren Angriff standhalten, danach sind ihre Wirtschaften leichte Ziele. Wenn ihr zwischen Orange und Gelb Grün noch nicht erledigt habt, holt das zum Schluss nach. Speichert aber regelmäßig, auf dieser Karte hatte ich tatsächlich einen Absturz nach etwa zwei Stunden. Insgesamt brauchte ich drei Versuche und im dritten Anlauf war die Schwierigkeit auch relativ fair. Auf leicht solltet ihr keine Probleme bekommen, da so ziemlich alle Angriffszeiten mindestens verdoppelt werden, ihr zusätzliche Startvorgaben bekommt und die KI nicht so aggressiv sein dürfte, solange ihr sie nicht provoziert. Sobald ihr diese Karte schafft, kann die Belagerung von Troja beginnen. In Mission 3 haben wir endlich Troja erreicht, aber leider erweist sich die Stadt als nahezu uneinnehmbar. Unser Auftrag ist daher der Bau des Trojanischen Pferds und die Aufstellung einer Elite-Truppe, die mit Hilfe des Pferds in die Stadt eindringen soll. Dazu müssen wir 300 Bretter sammeln und eine Truppe aus einem Hauptmann, 20 Level 3 Schwertkämpfern sowie Bogenschützen und 20 Dieben zum Pferd bringen. Das Gebirge nördlich von uns enthält Kohle, Eisen, Gold und Stein, also alles was wir benötigen. Die anderen Gebirge enthalten zusätzliche Rohstoffe, sofern wir mehr brauchen, aber wichtig ist vor allem dieses Gebirge westlich des großen Sees. Die Goldvorkommen hier solltet ihr nicht nutzen, da der Bau einer Goldminie in diesem Berg einen Angriff der Trojaner auslöst, sogar vor Ablauf der Peacetime. Wo wir schon von Peacetime sprechen, auf normal ist es eine ganze Stunde, auf leicht 80 Minuten. Mehr passt es, ist es sogar länger, rechnet aber dafür mit einem großen Angriffstrupp. Außerdem wird ein weiterer Angriff unabhängig von der Peacetime ausgelöst, immer zu viele Bretter sammeln, auf normal sind das 150 und auf leicht 200 Bretter. Beachtet außerdem, dass ihr mit einer Munitionsmanufaktur und 6 Katapulten startet, erste Amtshandlung sollte deren Abriss sein. Aufgrund der Größe der feindlichen Angriffe und der Tatsache, dass die Trojaner mit maximaler Kampfkraft starten, ist eine gewisse Vorsicht geboten. Zwar könnt ihr versuchen, die Elite-Truppe innerhalb der ersten Stunde aufzustellen und dann die Bretter im Schnelldurchlauf herzustellen, indem ihr vorher Baumstämme einlagert und genug Sägewerke baut, aber das ist nicht unbedingt die sichere Methode. Wenn ihr nicht gerade einen Speedrun-Rekord aufstellen wollt, lasst euch ruhig etwas Zeit mit dem eigentlichen Ziel und konzentriert euch zunächst auf eure Abwehr. Eine Burg, deren Tor von einigen großen Türmen gedeckt wird, ist auf dieser Karte ein gutes Bollwerk. Da die Grenzen der Stadt an einigen Stellen über den Wassergraben ragen, könntet ihr auch mit Pionieren ein Gebiet für eure Burgenschützen einnehmen und so einen Fleischwolf einrichten. Allerdings könnt ihr die Soldatenproduktion der Trojaner nicht einmal mit einem Dutzend Lokvögeln ausreichend unterdrücken, um die späteren Angriffe zu verhindern. Das ist also keine Option, die ich wirklich empfehlen würde. Letztendlich ist diese Karte nicht schwer, solange ihr keine Risiken eingeht. Sobald alle Mann beim Platz sind, ist das Pferd einsatzbereit und die letzte Mission der Kampagne steht euch offen. Beleiterung ist die dritte Mission der Römerkampagne im Add-on. Unsere Aufgabe ist es, die Eroberung von Troja vorzubereiten, indem wir das trojanische Pferd bauen und es mit einigen Soldaten und Dieben füllen. Wir überspringen diese langweilige Vorbereitung heute aber einfach. Können wir Troja auch ohne solche Tricks erobern? Falls ihr diese Challenge selbst versuchen wollt, solltet ihr euch vorher nochmal den normalen Missionsguide zu Gemüte führen. Ich hatte das nicht getan, was dazu führte, dass ich die Aufgabe unterschätzt habe und nicht mehr wusste, wo Eisen ist. Außerdem seid ihr dann über die anderen Eigenheiten der Karte informiert. Troja stattet großzügig ausgebaut und noch großzügiger verteidigt. Stolze 75 große Türme verteidigen die Stadt sowohl an ihren Grenzen als auch im Inneren. Noch dazu kämpfen die Trojaner stets mit maximierter Kampfkraft. Wir sind also bei den meisten Konfrontationen im Nachteil. Ihre Verteidigung ist aber vor allem an den Wassergräben konzentriert. Wenn wir den Eingang knacken können, steht uns der wichtige Teil der Stadt weit offen. Auf dieser Karte ist sowohl Gold als auch Eisen zwar für die Zwecke der eigentlichen Mission ausreichend, aber für das, was wir vorhaben, ist es eigentlich viel zu wenig. Gerade beim Gold wollte ich daher mit dem Auffrischungszauber arbeiten und es erst großflächig nutzen, ja mir der Zauber auch zur Verfügung steht. Soweit müssen wir erstmal kommen. Im Norden können wir unsere Burgenschützen und Hauptmänner positionieren, denkt daran, ihnen auch den Befehl zum Halten der Stellung zu geben. Im Nordwesten ragt die Grenze Trojas über den Graben, so dass ihr dort ein paar Fliebe platzieren könnt. Bis ihr das Gebiet eurer Burgenschützen erobert habt, wird ihre Kampfkraft reduziert sein, also lasst ihr Hauptmänner die stärkeren Soldaten etwas tanken und lasst sie nicht zu lange aus den Augen. Leider werden die Trojaner aber nicht geduldig in ihrer Stadt warten und der Fleischwolf allein wird sie nicht unterdrücken. Auf Normal können sie nach 60 Minuten aktiv werden und das werden sie auch tun. Abgesehen von ihren Soldaten auf Steroiden werden sie auch aggressiven Gebrauch ihres Friedenszaubers machen, was aber dem Blitzzauber vorzuziehen ist. Deshalb empfehle ich euch, Gold, Mana und höherwertige Soldaten zunächst links liegen zu lassen. Konzentriert euch lieber auf Level 1 Soldaten und baut bei den beiden bestehenden Türmen eine Verteidigungsstellung aus Türmen und Häusern. Wenn die Trojaner eure Soldaten verzaubern, bekommt ihr sie nach dem Angriff wenigstens zurück, da sie einfach nur wieder in Waffe und Träger geteilt werden. Der erste Angriff ist der schlimmste, aber auch danach solltet ihr euch noch nicht zu sicher fühlen. Später verlieren die Trojaner durchaus etwas Energie, aber bis dahin seid ihr in der Defensive. Bis dahin könnt ihr aber schon mal Gold vorbereiten, denn ihr werdet Level 3 Schwertkämpfer brauchen. In meinem Fall waren noch 6 Sets Zielobjekte nötig, um eine Kampfkraft zu maximieren, was ihr definitiv tun solltet. Ihr könnt theoretisch auch versuchen, mit Katapulten zu arbeiten, was zumindest den Vorteil hätte, dass zerstörte Türme die KI nicht triggern sollten. Aber den Belagerungswaffen in LS4 fehlt leider vor allem der Belagerungsteil. Wie bereits erwähnt ist der Eingang der schwierigste Teil. Wenn ihr diesen durchbrochen habt, könnt ihr direkt in den fernen Trojahsvorschluss um das Trojanische Gebirge erobern. Das könnt ihr dann für die weitere Soldatenproduktion nutzen. Ab hier kann auch von Schwierigkeiten nicht mehr die Rede sein, der einfach nur so lange Soldaten in die übrige Verteidigung wirft, bis sie euch gehört. Und da diese Spielweise nie vorgesehen war, ist damit natürlich auch nicht die Siegbedingung erfüllt. Aber ich denke, man kann das schon als Sieg betrachten. Wenn man nicht derjenige ist, der 1400 Todesnachrichten an die Familien der gefallenen Soldaten überbringen muss. In Mission 4 starten wir mit genau den Vorgaben, die wir uns in Mission 3 geschaffen haben und auf leicht sogar noch mit einem Priester und etwas Mana. Davon hätte sich die Trojanerkampagne gerne was abschneiden können. Wir finden uns nun jeweils mitten in Troja und haben die Aufgabe, die Stadt von innen heraus zu zerstören. Nördlich des trojanischen Pferdes befinden sich zwei kleine Türme, die ihr erobern solltet. Im dortigen Gebirge findet ihr alle Bodenschätze, die ihr benötigen werdet. Außerdem haben euch die Trojaner freundlicherweise jede Menge Nahrung dargelassen. Ein Stück abseits befindet sich außerdem ein Lager mit Baumaterial, Werkzeug und sogar einigen Schwertern. Im Süden gibt es drei weitere Türme, die ihr ebenfalls erobern solltet, da ihr sonst weder einen Fluss noch Zugang zu Fisch haben werdet. Das kleine Gebirge dort enthält zusätzliche Kohle und Gold. Da wir so großzügige Vorgaben haben, setzt zunächst eure Bauwirtschaft auf und baut einige Wohnhäuser. Danach rascht ihr sofort die Schwerindustrie. Der Raum und das trojanische Pferd ist ein guter Ort für zwei Kasernen, zwei Eisenschmelzen, zwei Waffenschmieden und vier bis fünf Goldschmelzen. Eine Werkzeugschmiede werdet ihr tendenziell nicht brauchen. Eine Brotproduktion werdet ihr später ergänzen müssen, aber das hat Zeit, bis ihr etabliert seid. Die Trojaner sind auf leicht passiv und auf normal defensiv eingestellt, können aber je nach Schwierigkeit nach 80 oder 30 Minuten angreifen. Das bedeutet, dass die Angriffe der Trojaner normalerweise sehr klein ausfallen. Problematisch wird das auf normal aber, wenn ihr einen Turm erobert und das gilt auch, wenn ihr eure eigenen zurückerobert. Noch dazu laufen immer wieder einzelne trojanische Soldaten durch eure Siedlung, die schwach besetzte Türme durchaus erobern können. Die gute Nachricht ist aber, dass die Trojaner keine Anstalten machen, ins Zentrum der Karte zu expandieren. Reißt also alle Türme bis auf den Nordwestlichen ab und bündet eure Verteidigung dort. Zur Sicherheit empfehle ich trotzdem Aussichtstürme an den Grenzen, damit ihr keine bösen Überraschungen erlebt. Während ihr eure Armee aufbaut, könnt ihr eure Siedlung vervollständigen und anfangen, Zielobjekte zu bauen. Ich hatte am Ende vier Sets davon. Sobald ihr etwa 300 Level 3 Soldaten habt, könnt ihr eure Produktion komplett auf Schwerter umstellen, speichern und in die Offensive gehen. Hierbei gibt es nicht wirklich viel zu beachten. Troja ist zwar durchaus in Bezirke unterteilt, aber gerade die Schwerindustrie ist an mehreren Orten vorhanden. Die Trojaner werden die Stadt nicht effektiv verteidigen können, trotz maximierter Kampfkraft, spart euch aber die Küste im Südwesten tendenziell für den Schluss auf. Dieser Bereich entspricht dem Eingang der Stadt in Mission 3 und ist zwar stark verteidigt, enthält aber keine wichtigen Gebäude. Auch wenn die dort platzierten Liebe darauf hindeuten, dass vielleicht mal die Überlegung bestand, dort Verstärkung für euch spawnen zu lassen, wenn ihr das Gebiet sichert. Sobald ihr den letzten Turm erobert, habt ihr Troja erfolgreich zerstört und die Römerkampagne abgeschlossen. Während die Trojaner praktisch im Alleingang das Nukle Volk abwehren und die Römer Troja belagern, haben die Mayas ganz eigene Probleme. Wir starten auf einer Insel, die effektiv aus drei Halbinseln besteht. Auf der östlichen Halbinsel befindet sich ein mittelgroßer Stützpunkt der Römer, ein zweiter und größerer jenseits einer Landbrücke im Westen. Ein dritter befindet sich auf einer eigenen Insel im Nordosten und stellt für uns keine Bedrohung dar, wird aber am Ende etwas nervig zu besiegen. Unser Ziel ist es, alle drei Stützpunkte zu vernichten. Das Gebirge im Norden enthält für den Anfang kleine, aber üppige Rohstoffvorkommen aller Art. Weitere Bodenschätze finden wir aber erst in den römischen Siedlungen, die daran wirklich keinerlei Mangel haben. Auf den Inseln nördlich und südlich unserer Startposition befinden sich feindliche Soldaten, die sind offenbar aber mehr als Dekoration gedacht. Ihr könnt vom blauen Stiel ab 14 und vom gelben 21 Soldaten abziehen. Die anderen Inseln haben ebenfalls nichts, wofür wir herkommen müssten. Auf Normal können wir nach 60 und auf Leicht nach 100 Minuten angegriffen werden. Dank des starken Early Games der Mayas sollte es aber kein Problem sein, innerhalb der ersten halben Stunde eine doppelte Schwerindustrie stehen zu haben. Da wir bereits mit Nahrung starten, können wir es uns leisten, die Nahrungsindustrie erst danach zu bauen. Im Norden befindet sich eine Wüste, falls ihr Mana nutzen wollt. Die Wüste lang im Startgebiet könnt ihr dagegen getrost für eure Holzproduktion mit nutzen. Mir war da nur noch nicht klar, dass die Trojaner und Mayas auf höchsten Gebieten Palmen anpflanzen können. Baut eine Verteidigungsstellung aus vier bis fünf großen Türmen an der Grenze zum blauen Spieler, damit er nicht in euer Gebiet siedelt. Alle anderen Türme braucht ihr nicht. Die Landbrücken lassen auch Raum für ein paar Diebe und Bogenschützen, womit ihr den späteren Angriff etwas abschwächen könnt. Was den gelben Spieler angeht, habt ihr zwei Möglichkeiten. Die Landbrücke ließe sich im Zweifelsfalle ziemlich leicht mit einer Siedlermauer blockieren. Aber auch wenn ihr auf Cheese verzichten wollt, solltet ihr die Landbrücke nutzen. Da ihr sowieso im Laufe der Zeit Zielobjekte bauen solltet, könnt ihr euer erstes Set auch direkt in diesem Bereich verteilen und auch das Ende der Landbrücke etwas mit Häusern blockieren. Dadurch werden die großen Truppen des gelben Spielers etwas aufgelockert und kämpfen weniger koordiniert. Der Bau mittlerer Wohnhäuser südwestlich eurer großen Türme kann auch nicht schaden. Im Stream konnten wir beobachten, dass die Angriffe der KI offenbar schwächer ausfallen, je mehr Soldaten ihr selbst besitzt. Etwas konterintuitiv, aber ganz praktisch. Zwischen den Angriffen des gelben Spielers solltet ihr schrittweise die blaue Siedlung vernichten. Wenn ihr das schafft, müsst ihr eure Aufmerksamkeit nicht mehr aufteilen und jegliche Rohstoff- oder Platzprobleme sollten sich in Luft auflösen. Sobald auch der gelbe Spieler besiegt ist, räumt ihr an der Küste der früheren blauen Siedlung etwas auf und baut eine Werft. Der grüne Spieler hat ein halbes Lust von Schmied und kann problemlos 600-plus-Soldaten anhäufen, wenn man ihn lässt. Die Dieb-Bogenschützen-Kombo erwies sich hier als ineffektiv, nutzt stattdessen Strike-Teams aus 15 Level-3-Schwertkämpfern, übernimmt die kleinen Türme an der Küste und reißt sie ab, um eine Landezone zu sichern. Zieht eure Armee in Ruhe rüber, den Rest regeln hohe Kampfkraft und Level-3-Soldaten. Sobald ihr die Burg des grünen Spielers obert, findet ihr eine Schatzkarte, die den Plot der Kampagne erst so richtig ins Rollen bringt. Auch wenn die Mayas ähnlich wie die Römer ihre eigene Geschichte im Add-On haben, führt uns ihre zweite Mission direkt wieder in Konflikt mit dem Dunklen Volk. Das hier ist die einzige DV-Karte nach Einführung der Manakopter in Trojaner Mission 4, in der sie überhaupt nicht vorkommen, was einerseits bedeutet, dass wir uns nicht mit ihnen rumschlagen müssen, aber auch, dass meine Chief-Strategie nicht funktioniert. Unser Ziel ist es, dieses Gebiet von Dunklem Land zu säubern. Direkt westlich davon befindet sich der Dunkle Tempel. Wir müssen also auf einen Kampf vorbereitet sein. Was Rohstoffe angeht, gibt es im Süden der Karte eine Ruine, in der wir einige Goldbarren finden. Ansonsten gibt es nur einen Berg, den wir wirklich nutzen können. Dort finden wir alle Rohstoffe, weil wir müssen uns trotzdem zum Teil mühsam zu ihnen hinarbeiten. Die Berge um das Dunkle Land sind auch rohstoffreich, aber für uns erst nach Ende der Karte wirklich nutzbar. Bei unserem Berg liegen außerdem einige Steine, die für den Anfang ganz hilfreich sind. Diese Karte ist nicht wirklich schwierig, wenn man etwas geduldig ist. Das Dunkle Volk greift unabhängig von der Schwierigkeit nach 30 Minuten regelmäßig an, aber da es sich nur für Siedler interessiert, können wir sie mit Opfern aus 30 bis 40 Siedlern zuverlässig besänftigen, bis wir einige Soldaten haben. Für seine Angriffe bevorzugt das Dunkle Volk es, den Durchgang östlich des Zielortes zu durchqueren und dann die nächsten Siedler aufzuspüren. Aussichtstürme können hier gut als Frühwarnsystem dienen. Andererseits in der letzten Mission sind Rohstoffe hier relativ knapp, es lohnt sich also durchaus in Mana zu investieren. Für das Zielgebiet sind Gärtner aber besser geeignet, da flächendeckend gearbeitet werden muss. Ihr könnt aber einen Priester nutzen, um die Pilzfarm dort zu zerstören und so die Patrouillenpunkte des Dunklen Volks zu entfernen. Alternativ könnt ihr auch darüber nachdenken, mithilfe eures bestens die Dunklen Tempel zu zerstören. Das dürfte auch nicht ganz einfach sein, aber wenn es euch gelingt, werdet ihr mit einem völlig passiven Gegner belohnt. Sobald das Zielgebiet wieder begrünt ist, habt ihr die Karte gewonnen. In Mission 3 führt uns die Schatzsuche zu einer Siedlung der Wikinger, denn jetzt müssen wir auf einmal auch noch irgendein Artefakt besorgen. Und mit besorgen meine ich in diesem Fall gewaltsam unseren Besitz bringen. Unser Ziel ist es, dieses markierte Zielobjekt zu zerstören. Da uns auf Kampagnenkarten aber keine Saboteure zur Verfügung stehen, müssen wir dazu die vier großen Terme in der Nähe einnehmen. Glücklicherweise liegt dieser Ort relativ abgelegen, sodass wir uns mit dem stark vollheitlichen Kern der Siedlung gar nicht befassen müssen. Der Berg nordöstlich unserer Siedlung wird uns mit Kohle, Eisen und Stein versorgen. Gold finden wir aber erst in einem zweiten Gebirge, welches unglücklicherweise direkt an der Grenze zu den Wikingern liegt. Wir haben aber auf normal eine ganze Stunde und oft sogar etwas mehr, bevor die Wikinger aggressiv werden. Genug Zeit, um mindestens eine doppelte Schwerindustrie hochzuziehen. Ihr werdet aber früher eine Steinmine benötigen, da es zwar mehrere Steinfelder in der Gegend gibt, vor denen aber keins allzu lange halten wird. In der Nähe der Goldminen errichten wir auch eine Verteidigungsstellung aus vier großen Türmen. Achtet aber darauf, dass bei längerem Spiel die Gefahr besteht, dass die Wikinger nördlich des Gebirges in eure Richtung siedeln. Nun heißt eine lange Schonfrist auch, dass der feindliche Angriffpotenzial sehr stark ausfällt. Der Schneegilf des Gebirges eignet sich aber gut für eine Bogenschützendieb-Kombo. Bis zum Ablauf der ersten Stunde könnt ihr so viele feindliche Schwertkämpfer eliminieren und im besten Fall findet dann sogar gar kein Angriff statt. Wenn ihr euch stark genug fühlt, führt ihr eure Schwertkämpfer an der Küste entlang nach Norden, bis ihr das Stierobjekt und die vier Türme erreicht. Wenn ihr diese erobert, steht euch auch schon das Finale der Maya-Kampagne offen. Unsere große Schatzsuche neigt sich nun endlich dem Ende zu, denn wir sind kurz vor dem Ziel. Wir haben uns auf einer großen Insel im Nordosten der Karte niedergelassen. Die schlechte Nachricht ist also, dass wir Fähren brauchen werden. Die gute Nachricht ist, dass diese Mission mega gechillt ist. Die Entwickler waren sogar so überzeugt, dass man sie nicht verlieren kann, dass ihnen gar nicht aufgefallen ist, dass das Abreißen des letzten Turms den gleichen Text triggert, wie wenn man die Karte gewinnt. Unser Ziel befindet sich direkt an unserer offiziellen Startposition und ist direkt markiert. Aber geht das auch etwas weniger erbärmlich? Danke! Im Südwesten der Karte haben sich die Römer niedergelassen und ich weiß nicht, was ich verpasst habe, aber die sind auf einmal unsere Freunde, kein Futter. Wenn wir unsere Fähre zu ihnen schicken, wird die römische Flotte ein paar feindliche Kriegsschiffe zerstören. Im Nordwesten gibt es eine Insel mit einer Wikinger-Siedlung, aber die ist effektiv nur zur Deko da, da wir uns nicht mehr mit ihren Kriegsschiffen wirklich befassen müssen. Viel wichtiger ist die Siedlung der Trojaner, die wir erobern müssen, damit der Schatz wirklich uns gehört. Glücklicherweise hat die Siedlung einige Lücken in ihrer Verteidigung, die man ausnutzen kann. Außerdem bringen die Römer einige Sanität auf die Insel der Trojaner, wenn unsere Schiffe an eine bestimmte Stelle an der Küste fahren. Dort können sie als lebendes Lazarett dienen und dieser Ort eignet sich auch gut als Sammelpunkt. Der Krater in der Nähe unserer Siedlung enthält viele Steine, die wir freischmelzen können und auch alle Bodenschätze, die wir brauchen. Sogar Schwefel ist nicht nur vorhanden, das ist auch eine der gefühlt zwei Karten, wo man das Zeug auch nutzen könnte. Wirklich nötig ist es jetzt endlich nicht, da uns die Trojanische Bucht und damit ihre Flotte völlig egal sein kann, aber hey, es gab den Versuch. Ansonsten finden wir in den Bergen im Westen unserer Insel weitere Bodenschätze, die habe ich aber nicht gebraucht. Im Zentrum der Karte gibt es außerdem eine unbewohnte Insel mit einigen Waren, die sich perfekt für eine große Mana-Produktion eignen würde, aber das wäre ziemlich aufwendig, da wir eine Kolonie errichten müssten. Unsere Startinsel hat außerdem genug Wüstengebiete. Da wir hier auf einer Insel sind, kann uns nichts passieren. Wir können also chillen und F-12 nutzen, wie wir fröhlich sind. Ich habe fast ausschließlich Level-3-Schwertkämpfer produziert und mit sieben Sets Ziehobjekten die Kampfkraft maximiert. Falls ihr die feindliche Bucht räumen wollt, empfiehlt es sich bis zur maximalen Kampfkraft zu warten, da auch Kriegsschiffe davon profitieren. Allerdings werden alle KI-Spieler immer weiter produzieren. Im Zweifelsfall könnt ihr ein paar Blasor und Bogenschützen zusammen mit ein paar Dieben an einen halbwegs abgelegenen Ort der Trojaner-Siedlung bringen, um ihre Soldatenproduktion zu unterdrücken. Sobald die Trojanische Siedlung erobert ist und mindestens 150 Goldbladen am Ziel laut euch gehören, habt ihr die Maya-Kampagne abgeschlossen. Die Wikinger-Kampagne des Add-Ons ist insofern besonders, dass sie als einziger Parallel zur Trojaner-Kampagne stattfindet. Diese Mission findet offenbar zwischen Trojaner-Mission 2 und 3 statt, auch wenn der Anführer der Maias plötzlich anders heißt. Fast so, als hätten sich die Autoren bei den Details nicht so ganz abgesprochen. Unser Ziel ist es, die Siedlung der Maias zu zerstören und die Trojaner im Süden zu beschützen. Wobei Beschützen hier relativ ist. Der Berg im Norden enthält Kohle, Eisen und Stein. Letzteres werden wir auch früh brauchen, da wir nur ein Steinfeld haben, das selbst für Wikinger dürftig ist. Zu bekamen wir in den umliegenden Meer und überall Fisch. Einen weiteren solchen Berg finden wir im Süden, aber der ist etwas weiter entfernt. Im Westen finden wir Gold und Stein in großen Mengen. Auf Normal liegt die Feastimer 40 Minuten, aber wie bereits erwähnt ist Beschützen hier relativ. Tatsächlich geraten die Maias eher mit den Trojanern in Konflikt, da diese den Weg zu uns blockieren. Die Trojaner sind zwar passiv eingestellt, versuchen aber trotzdem zurückzuschlagen. Unser eigener Aufbau ist etwas langsam, da unsere Startvorgaben etwas komisch sind. Wir haben ziemlich viele Siedler und Werkzeuge, allein schon zwei Sensen und drei Bauern, dafür starten wir aber ohne jede Kohle, Eisenerz oder Nahrung. Daher bin ich ganz froh, dass die Trojaner die Maias für uns beschäftigen. Die Trojaner sollen eigentlich auch in den Angriff übergehen, wenn wir einen dieser Türme erobern, aber diese Funktion wurde offenbar deaktiviert, weil zwei Texte fehlten. Dank etwas Detektivarbeit konnte ich aber die betroffenen Strings finden und durch sinnvolle Aussagen ersetzen. Werdet also die Enhanced Edition im Auge. Mit 150 bis 200 Level 3 Schwertkämpfern könnte die Siedlung der Maias einfach überrennen, womit die erste Mission geschafft wäre. In Mission 2 geht es um eines der beiden Abkommen, das wir in der Trojanerkampagne aushandeln mussten. Das erste würde vom Zeitpunkt her mehr Sinn ergeben, aber die Nachbesprechung ist die vom zweiten. Anyway, unser Ziel ist es, einen Priester und vier Hauptmänner auf diese Insel zu bringen. Für eine Friedenskonferenz. Deshalb liegen hier auch Unmengen an Alkohol und Sonnenblumenöl. Das dunkle Volk hat den Zielort besetzt, also müssen wir das Gebiet zumindest teilweise säubern. Seine Barze liegt aber auf einer anderen Insel, und Manakopter können wir ja zum Glück mit etwas Trickserei komplett ignorieren. Im Endeffekt ist diese Mission daher dank F12 in weniger als 20 Minuten zu schaffen. Zwar brauchen wir wegen der drei fehlenden Rüstungen eine Waffenschmiede, aber die können wir aufschieben, bis wir uns über Mana ein paar Dutzend L3 Bogenschützen besorgt haben. Wenn wir genug haben, können wir die Baustelle für die Waffen wieder einfach von ihnen bewachen lassen und zerstören die Manakopter wahrscheinlich sogar, bevor seine Truppen aussteigen können. Sobald unsere Delegation am Zielort ist, haben wir die zweite Mission auch schon geschafft. Aber mal ganz ehrlich, Alkohol und Sonnenblumenöl? Ich glaube, das hier ist mehr eine Friedensorgie. Mission 3 findet scheinbar unmittelbar nach Mission 6 der Trojaner-Kampagne statt, nur dass die Wikinger auf einmal mega die Heuchler sind. Laut ihnen haben die Römer und Trojaner das dunkle Volk unterschätzt und ihre Verteidigung dagegen vernachlässigt. Das sah in Trojaner Mission 6 dezent anders aus. Unser Ziel ist es jedenfalls, die beiden verbündeten Siedlungen der Römer und Trojaner zwei Stunden lang zu verteidigen. Wenn eine von ihnen alle ihre Türme verliert oder weniger als acht Träger besitzt, haben wir sofort verloren. 8, nicht 10. Die Siegbedingung ist hier falsch. Die Siedlung der Römer befindet sich direkt südlich von uns. Hier sollten wir den Übergang früh sichern, damit er nicht bei uns hineinbaut. Dem Römer gehen leider sehr schnell die Steinfelder aus, was dazu führt, dass er kein Gebäude mehr weiterbaut. Es hilft leider auch nicht, ihm Baumaterial zuzuschicken, lasst das also gleich. Und schickt ihnen um Himmels Willen keine Waffen, damit verschwindet er nur seine Träger. Die Trojaner im Nordosten der Karte dagegen machen sich eigentlich ziemlich gut. Sie haben nur ein Problem. Sie bauen ihre Kaserne so, dass das dunkle Volk sie ohne Probleme blockieren kann. Das führt dazu, dass sie sich nicht weiter ausbreiten können und ihnen irgendwann der Bauplatz ausgeht. Den Trojanern könnte man durchaus im späteren Verlauf ein paar Waren schicken, aber im Prinzip müsst ihr nur ihre Kaserne frei halten. Die Mitte der Karte wird von zwei dunklen Tempeln kontrolliert. Dem nördlichen gehört auch die Banakoptermanufaktur im Zentrum der Karte. Die Berge in der Nähe unserer Siedlung enthalten Kohle, Eisen, Gold und Stein in großzügigen Mengen. Hier sollte uns also kein Mangel entstehen. Östlich der römischen Siedlung gibt es ein kleines Warenlager, etwas nordöstlich davon liegt auch Sonnenblumenöl rum. Ich weiß nicht, ob es angedacht war, dass ihr euch die Sachen holen sollt, ob wir hier vielleicht sogar eine Kolonie bauen sollten, wofür der Bereich aber meiner Meinung nach nicht sicher genug ist, oder ob vielleicht auch die Maias dabei sein sollten und hier ihre Siedlung gewesen wäre. Die Maias hätten storytechnisch auf jeden Fall mehr Sinn gemacht als die Trojaner, da die Maias nach den Römern in Trojanermission 6 am meisten vom dunklen Volk auf die Fresse gekriegt haben. Wir selbst starten mal wieder mit etwas durchwachsenen Vorgaben. Viele Siedler, aber keinerlei freie Werkzeuge und nur fünf Soldaten, die alle in Türmen stehen. Glücklicherweise müssen wir nicht mit direkten Angriffen rechnen. Hier lediglich einen meiner Kopter habe ich bewusst gesehen, der kam noch eine halbe Stunde. Wenn ihr auf den Bau von Lagern verzichtet und eure Schwerindustrie einfach zu eurer bestehenden Waffenschmiede setzt, könnt ihr das Gebiet drumherum probieren und es mit ein paar großen Türmen sichern und seid danach ziemlich safe. Um unseren eigenen Aufbau zu beschleunigen, können wir die Tatsache ausnutzen, dass wir mit so vielen Fischern starten. Eine Fleischproduktion ist damit potenziell komplett überflüssig, ist aber später definitiv kein Problem, Bauern haben wir auch mehr als genug. Sobald der erste Mana-Kopter-Angriff abgewertet ist, können wir mit unseren Level-3-Bogenschützen die Trojanische Kasernen befreien. Was den Römer angeht, sollten wir etwas proaktiver sein, aber auch hier stehen gerade genug Siedler am Startturm, dass ihr effektiv wahrscheinlich nur den verteidigen müsst. Nur der Trägerbedarf der Mana-Produktion könnt euch da einen Strich durch die Rechnung machen. Unter Umständen könnt ihr auch beim Römer reinsiedeln und dann ein paar Türme in den Weg des dunklen Volkes setzen. In den letzten 30 Minuten wird das dunkle Volk auf maximale Kampfkraft gesetzt und spürbar aggressiver, aber das ist letztendlich nur bei den Römern ein echtes Problem. Fangt hier einfach proaktiv die Schamanen ab. Die Trojaner sollten jeden Angriff verkraften können, sofern ihre Kaserne schön freigehalten hat. Zielobjekte würde ich aber nicht empfehlen, da ihr ohnehin auf verbündetem Gebiet kämpft. Sobald die 2 Stunden um sind, habt ihr gewonnen. Falls ihr aber trotzdem Probleme habt, habt ihr zwei Alternativen. Auf leicht könnt ihr sogar mit F12 einfach durchskippen. Ansonsten könnt ihr auch versuchen, einen großen Tempel und eine Mana-Produktion zu rushen. Denkt in dem Fall nur daran, eure Waffenschmiede abzureißen, damit euch die Mana-Copter in Ruhe lassen. Wenn ihr ein paar Zielobjekte abreißt, braucht ihr nicht mal eine Goldschmelze. Ihr könnt beide Tempel mit einem Priester zerstören, wobei das etwas tricky ist, weil so viele dunkle Krieger dort rumlaufen. Der Tempel auf der Trojaner-Seite ist etwas einfacher zu erreichen. Wenn euch dann an der Bergkette orientiert, solltet ihr etwas einfacher zum Tempel auf der Römer-Seite kommen. Es kann auch helfen, sich durch den Schnee zu schmelzen. Wenn es euch gelingt, beide Tempel zu zerstören, geht die Karte sofort als gewonnen. Der Abschluss der Wikinger-Kampagne ist im Prinzip Trojaner Mission 11. Wir sollen eine Streitmacht aufbauen und an einem bestimmten Punkt sammeln. Die Missionsbeschreibung lügt uns aber mal wieder an. Es wird zwar nach 10 Kriegsmaschinen und 30 Level-3-Soldaten jeder Waffengattung gefragt, tatsächlich müssen wir aber keine Axtkämpfer anschleppen. Das könnte man für die Enhanced Edition leicht korrigieren, aber ich bin mir etwas unsicher, ob das Sinn macht. Damit bleibt aber die Frage, wo unsere Truppen hin sollen. Tatsächlich müssen sie hier hin. Sobald der dunkle Tempel zerstört wird, erscheint dort eine entsprechende Markierung. Wir müssen das Gebiet aber auch vom dunklen Volk säubern. Konkret heißt das, dass nur eine bestimmte Anzahl an Feldern mit dunklem Land übrig bleiben darf. Die Bergkette im Norden enthält Kohle, Eisen, Gold und Stein. Der südliche Teil der westlichen Bergkette enthält zusätzliche Kohle, Eisen und Stein. Die übrigen Berge auf der Insel sind leer. Im Südwesten der Karte gibt es außerdem eine weitere Insel, die so aussieht, als wäre sie ursprünglich als Treffpunkt für die vier Völker vorgesehen worden. Dort liegen Gold und Waffen herum, aber nichts, wofür wir extra herkommen müssten. Da wir uns auf einer anderen Insel befinden, können wir effektiv selbst entscheiden, wenn wir uns den Manakorp dann stellen wollen. Expandiert nach Nordwesten, bis ihr die Küste erreicht, damit ihr dort später eine Werft und eine Fahrzeugmanufaktur bauen könnt. Den Tempel mit einem Priester zu erreichen ist etwas tricky, aber durchaus machbar. Wenn ihr ihn zerstört, leistet das dunkle Volk effektiv keinen Widerstand mehr. Da wir keine Axtkämpfer brauchen, produziert ihr einfach ausgewogene Level 3 Schwertkämpfer und Bogenschützen, damit ihr ihre Anzahl nicht micromanagen. Sobald die Soldaten des dunklen Volkes eliminiert sind, bringt ihr die Kriegsmaschinen und Gärten darüber und rückt F-12, bis genug dunkles Land wiederhergestellt wurde. Sobald das geschehen ist, habt ihr die Wicker-Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Die letzte Kampagne des Trojaner-Ad-Ons ist die Siedel-Kampagne. Diese ist ziemlich friedlich aufgebaut und es ist schwierig bis unmöglich, diese Missionen zu verlieren, aber wir wollen ja vollständig sein. Wenn man nicht gerade auf eine gechillte Runde oder Bestzeiten aus ist, kann man sie auch als F-12 bzw. F-9-Kampagne bezeichnen. Mission 1 erteilt uns den Auftrag, einige Waren zu produzieren und auf diese Insel zu bringen. Produzieren müsst ihr tatsächlich alles, aber es muss nur ein Teil davon auch wirklich auf die Insel gebracht werden. Keine der angegebenen Waren braucht mehr als 80 Exemplare dort, den Rest könnt ihr auch auf eurer Hauptinsel lagern. Das hatte ich sogar mal notiert, aber bis es soweit war, schon wieder vergessen. Ich kann euch aber nur empfehlen, euch nicht die zusätzliche Arbeit zu machen. Handelsschiff sind zwar noch akzeptabel, wenn man nicht unter Druck steht, aber ich habe es trotzdem geschafft, eins von meinen kaputt zu backen. Ganz ehrlich, mir geht es gerade nicht um die Ingame-Zeit. Es geht mir einfach nur darum, dass das... What the fuck? Ähm... Nani? Was habe ich jetzt geglitscht? Äh... Hallo? Der Berg östlich eurer Startposition enthält alle Rohstoffe, die ihr benötigen werdet. Ihr müsst nur etwas mehr suchen, weil in dieser Kampagne die Berge groß und ihre Vorkommen klein sind. Im Süden gibt es einen zweiten Berg mit Stein und Kohle, aber die werdet ihr eher nicht brauchen. Falls ihr euch Sorgen macht, dass euch die Rohstoffe ausgehen könnten, könntet ihr vorsorglich Priester und Maler produzieren. Ansonsten ist das Interessanteste auf dieser Karte, dass Saboteure spawnen, die eure Gebäude angreifen, wenn eure Schwerindustrie bestimmte Weilensteine erreicht und ihr bestimmte Güter produziert habt. Reist also vielleicht zur Abwechslung nicht alle eure kleinen Türme und besetzt die mit Bogenschützen. Es kann auch passieren, dass ein feindlicher Priester eure Fische in Steine umwandelt, aber Steine kann man auch immer brauchen, also nur ein kleines Ärgernis. Schlimmer sind wie gesagt die fehleranfälligen Handelsschiffe, daher ist es ganz gut, dass wir den Großen der Waren nicht transportieren müssen. Sobald alle Waren produziert sind, habt ihr den römischen Teil der Siedelkampagne geschafft. Siedel Mission 2 gibt uns das Kommando über eine drohanische Flotte und den Auftrag, vier große Tempel zu errichten. Allerdings nicht einfach irgendwo, sondern an vier markierten Orten. Diese Mission bietet uns relativ viel Freiheit, wie wir an sie herangehen wollen, aber wartet jetzt bitte keine durchoptimierte Strategie von mir. Was Speedruns angeht, gibt es genug Leute, die es besser können. Es gibt mehrere Inseln, die sich als Startposition eignen würden, für mich ergibt aber die in der Mitte am meisten Sinn und dort wartet auch schon einer unserer Diebe auf uns. Diese Insel mit unseren Pionieren einzunehmen, sollte unsere erste Amtshandlung sein, unter Umständen wollt ihr aber einige eurer Gründungskarren für später aufsparen. Es gibt nur einen Haken, hier werdet ihr kein Gold finden. Was ihr aber schon mal aufbauen könnt, ist eine Mana Produktion. Gold findet ihr nur an zwei Orten auf dieser Karte. Einmal auf dieser Insel im Westen, wie ich auch in meinem Run besiedelt habe, allerdings gibt es auch Gold in der Nähe des Tempelstandortes auf der nordöstlichen Insel. Wenn ihr diese Insel zuerst kolonisiert und den dortigen Tempel zuerst baut, könnt ihr danach mit den Priestern Gold und Baumaterial direkt an die übrigen zehn Orte zaubern. Die anderen Tempelstandorte sind auf den übrigen Inseln verteilt. Einmal im Nordwesten, im Süden und im Südosten. Ältere ist mit dunklem Land infiziert, aber wenn ihr genug Mana vorbereitet habt, kann auch das ein Priester erledigen. Sobald alle vier Tempel fertig sind, ist auch der trojanische Teil der Siedelkampagne beendet. Siedelmission 3 schickt uns mit den Mayas ins Feld. Unser offizielles Ziel ist es, alle Flüsse auf der Karte vom dunklem Land zu säubern. Tatsächlich genügt es aber völlig, diesen Krater zu reinigen. Das Problem ist nur, dass der Krater nur mit dem Abkürzungszauber erreicht werden kann, wir müssen also einen Priester einsetzen. Gänzlich unnütz ist es aber nicht, die übrigen Flüsse zu säubern, auch über die direkte Nutzbarkeit hinaus. Sobald wir alle gesäubert haben, erscheint nämlich ein verbündeter Priester, der uns diesen Bereich hier in Wüste umwandelt. Wäre viel praktischer, wenn er einfach den Schnee schmelzen würde, aber dieser Priester denkt offenbar wie Gandalf. Das wäre viel zu einfach. Der Berg bei unserer Startposition enthält Kohle, Eisen und Stein. Leider folgt auch diese Karte dem Trend große Berge, in denen absolut nichts drin ist. Außerhalb dieses Berges finden wir nur auf dieser Halbinsel im Westen weitere Rohstoffe, darunter auch das heiß ersehnte Gold. Den Tempel zu bauen ist die einzige richtige Hürde in dieser Mission. Sobald er fertig ist, hindert euch nichts mehr daran, euer Ziel zu erreichen. Sobald der Krater gereinigt wurde, steht euch das Finale der Siedelkampagne offen. Im Finale der Siedelkampagne ist der Klimawandel auch bei den Siedlern angekommen. Wie im echten Leben haben die Völker schon raus, wer sich darum kümmert. Nicht sie selbst. Die Wikinger haben wohl den Kürzeren gezogen und müssen daher im Alleingang den Klimawandel aufhalten. Wieso ist das so realistisch? Und was hat Greta Thunberg damit zu tun? Ich glaube, wir sind etwas Großem auf der Spur. Diese Karte ist mal wieder eine Weltkarte, aber nicht ohne Eigenheiten. Laut der Karte in der Missionsbeschreibung sollten wir eigentlich in Alaska starten, aber tatsächlich starten wir in einem ziemlich deformierten Europa. Großbritannien hat offenbar schon den Brexit vollzogen und ist gänzlich unauffindbar. Die Amerikas können wir zu Fuß erreichen, dafür brauchen wir unbedingt ein Schiff, um nach Afrika zu gelangen. Und Australien ist zwar zur Abwechslung mal mehr als ein kleiner Fleck Sand im Ozean, aber auch hier effektiv nur ein Vulkan. Jedenfalls vermute ich, dass das ein Vulkan darstellen soll. Unser Ziel ist es, fünf Wüstengebiete auf der Karte mit Bäumen zu füllen. Und deshalb kann diese Aufgabe schon mal nicht an die Mayas oder Trojaner fallen, denn die könnten auf der Wüste einfach Palmen pflanzen und das wäre zu leicht. Wir müssen den Abkürzungszauber der Weckinger nutzen, um die Wüstengebiete in Grasland zu verwandeln. Falls ihr vorher nicht wusstet, dass das geht, dann herzlichen Glückwunsch, das hier ist nämlich so ziemlich die einzige Mission, in der man das braucht. Bei den fünf Wüsten handelt es sich einmal um die Sahara, die türkisch-arabischen Wüsten, die hier zusammenlaufen, die Wüste Gobi und eine Wüste in Südamerika, die es so im echten Leben gar nicht gibt. Südamerika hat zwar einige Wüsten, aber die sind kleiner und anders verteilt. Südlich eurer Startposition befinden sich die Alpen und hier findet ihr Kohle, Eisen und Gold. Falls ihr zusätzliche Steine benötigt, expandiert einfach weiter nach Süden. Dort findet ihr einen weiteren Berg, der genau diesen Rohstoff enthält. Lasst euch nur nicht von den Tipps zur Mission täuschen, ihr bekommt keine weitere Unterstützung. Vielleicht gab es mal Pläne, dass irgendwas mit dieser Ruine gemacht werden kann, aber das ist pure Spekulation. Diese Mission ist mal wieder von der Grundidee her lustig, aber auch sehr zeitaufwendig. Wir warten auf Mana, wir warten auf die Förster und unsere Priester müssen wir bei der Anwendung der Zauber auch direkt steuern. Auf der anderen Seite müsst ihr aber auch nicht allzu genau arbeiten, es muss einfach nur jeweils 250 Bäume im Umkreis von 40 Feldern um das Zentrum jeder Wüste geben. Die einzige richtige Hürde ist die Tatsache, dass ihr eine Fähre brauchen werdet, um die Sahara zu erreichen. Sobald ihr die Wüsten begrünt und damit 5 separate Ökosysteme ruiniert habt, seid ihr mit der Siedelkampagne fertig. Und ich gehe jetzt mal bereuen, dass ich diese Mission nicht gespielt habe, als Team Trees aktuell war.